aha die auf flamme läuft ok ja willkommen zu einer neuen aufnahme von let's play mass effect und 3 und wir machen heute in 7 treibstoffreaktoren mann er fängt ja super an so wir haben zwar auf ran auch theoretischen auch missionen die wir machen müssen aber die kommen später da genau der silian nebel da waren wir schon mal da haben wir glaube ich alles erkundet so quasi von katibolo ist ein relativ russisch ja ja ich meine das hätten wir schon mal gemacht also so ohne wenn ich jetzt gerne kommt sogar sachen zur zache mensch ich wollte nur wissen ob der weeper aktivität dann kommt das war mir wichtig aha was haben wir hier so man weiß ja nie was man hier so findet ne deswegen ich scanne lieber vorher bevor ich dann ist hundertprozentig gerade merke ok alles war sassi landen ich dachte wir könnten mit ich dachte wir könnten mit legion jetzt auch unterwegs sein so wie nehme ich denn mal mit tali und ashley ja so hier habe ich was neues ach die hier hoher schaden die kapazität ist in ordnung ja machen wir mal ne so mehr schaden die präzision so was haben wir hier neues da gef impuls gewährt sturm gewährt hat äh bisschen höhere feuergeschwindigkeit aber sonst nicht mehr äh so die kriegt dann sowieso diese bogenpistole mit den sachen drauf äh meine freundin ashley kriegt das partikelgewehr mit erhöht den schaden und ähm genauigkeit so vier punkte ähm panzerbrechende munition endel kostet 6 ok ashley hat so viel kampfdrohne wird nicht bringen ne ist 6 ok ja seit 72 stunden sind die reaktoren eines durianer asari treibstoffdepots offline scans der station sind kalt sie ist verlassen was ist mit den dort stationierten truppen passiert unbekannt aber kein treibstoff bedeutet keine flotten präsenz der feind kann ungehindert operieren sie müssen da rein rausfinden was los ist und die reaktoren wieder online bringen captain riley macht vor ort die erste aufklärung sie leitet eines unserer besten technikerteams wir gehen der sache auf den grund edmörner was hecke denn commander corporal nirik captain riley ist vor ort und wartet auf sie ok mhm 90 schuss hat die ja gut ach ja das geht ja wie lange sind sie schon bei diesem trupp corporal drei einsätze wir sind durch dick und dünn gegangen der captain bringt uns immer alle wieder raus mhm merkwürdige stimmung hier bestätige toxische strahlung verhindert den zugang zum großteil des rasters überleben an den kritischen stellen nicht möglich ja gut da hast du vielleicht recht ähm was haben wir der orezenkows material platten so mensch was auch immer die da freigesetzt haben ist nicht sehr gesund wir brauchen eine umgehungslösung für die strahlung soldat wird gemacht man vor allem weißt du mit dem weltraum mit diesem anzug im weltraum rumlaufen und hier die die weltraum strahlung abkriegen in voller strahlung kein ding da unten in so ein gas schlimm die 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 eingeleitet werden kann ihr weg ist im moment blockiert captain rileys man arbeitet an der beseitigung der hindernisse danke für den status bericht erledigt captain gute arbeit die umgehungslösung eingerichtet commander ich übernehme jetzt bringen sie ihr team zu reaktor 2 und halten sie funkkontakt ok kran anzeige das machen wir gleich erst mal gucken was es hier noch so gibt ersatzteile zum beispiel für 4000 quillettes also es wird ein mini spiel oder wie äh was genau soll ich denn tun team 2 zieht sich zurück commander viel glück captain was stimmt ihr nicht ist zu ruhig tun sie alles damit es auch so bleibt Tali weiterhin wachsam bleiben ach das ist die kamera wo wir gerade sind das heißt hier müsste der weg jetzt frei sein genau ich sehe die steuerung für die brennstäbe aber die strahlung blockiert den zugang hier sieht es genauso aus ich werde versuchen den bereich zu entlüften na wunderbar entlüftung benutzen damit müsste es gehen strahlung zurückgegangen konsole jetzt zugänglich dann entriegeln wir jetzt die brennstäbe ok ok bei die stimmung hier na ist schon ja 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 oh was sind das ein pda mein stopp in verteidigungsstellung wo hast sind jetzt man kann die aufladen soll für die billigen kann ich dann halt die ja die kleinen dinger nehmen wobei tot riley status Ich sehe sie. Sie müssen alle Bremssubstanz-Tanks versiegeln. Ich sehe die Tanks von Reaktor 2. Rücke vor zum Versiegeln. Mhm. Ähm. Hier soll, glaube ich, irgends noch ein Datenpad sein, wie man mir gesagt hat. Äh. Für eine meine Missionen. Dann sollte ich direkt nach links begeben. Ich sehe hier. Ah, da. Ein Behandlungsplan für chemische Verbrennungen. Ziemlich detailliert. So. Äh. Die Tanks versiegeln. Da. Okay. Alarm ist eigentlich gut. Kann man hier mit den Alarm abschalten? Sehr schrecklich. Hätten die mal so Linergen genutzt, dann wäre das nicht passiert. Das würde die Grünen jetzt sagen. Und ich sage, dass es ein so seltenes Ereignis ist, da passiert eh nichts. So ein PDA. Quedert es nur. Mhm. Reaktor, neu starten. Den Bremssubstanz-Tank bestickt. Der Aktivierung nicht möglich. Äh. Ach so. Tank 1 versiegelt und stabil. Okay. Das Ausbessern scheint zu klappen. Wir haben nur noch einen vor uns. Gut. Dann den zweiten. Commander, der Kern hat sich stabilisiert. Reaktivierung kann fortgesetzt werden. Sehr gut. Wir sind in Position. Bestätige. Erwarte Ihre Befehle. Okay, dann los. Commander, Captain. Ich registriere jede Menge Bewegung. In Ihre Richtung. Na, wunderbar. Achtung, Feind. Wir haben Selbstgesellschaft, Commander. Wo denn? Ah, da. Ich weiß doch, wie ich das mit der Waffe spielen kann, aber... Und das Ding zwei Meter vor mir steht, warum ich kein Ziel fernrohr. Wow, 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 wow. Nur da oben brauche ich einen. Eijaja, was ist das denn? Na, wunderbar. Oha Hallo Äh Na komm schon Wow Ich mach mal erste Hilfe ne Seit lang so wieder mal Aua Ich hab keine Muni Ganz schlechte Idee Das Ding klingt halt gar nicht wie ne Waffe ne Ist das Ding Hä von wo von wo Und da hinten noch Oh Aie 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 Abbas Na Na komm schon Was Haben wir Na wunderbar Stellung ist unhaltbar Wir schaffen es nicht Wir schicken Hilfe Durchhalten Einer meiner Leute kommt Verstanden Ja Ashley ne würde ich sagen Ash ihr Job Alles klar Wow Wow Ähm Panzerung Äh Okay Kampfdrohne Und Munition Ja Jetzt aber Oho Aua Aua Gut gemacht Wo Wo Da direkt vor mir Tali Wo sind sie Im Moment sind sie sicher Commander Aber ich erreiche Captain Riley nicht Was ist mit Ash Nichts Commander Niemand antwortet auf meine Funksprüche Aber ich registriere Bewegung in Richtung Exfiltrationspunkt Schließen sie den Neustart ab dann können wir uns dort treffen Alles klar Als wenn die hier alle tot sind Das 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 wäre Nicht auf so einer belanglosen Mission Neustart abgeschlossen Reaktor vollständig hochgefahren und betriebsbereit Commander Ah Wo ist sie denn immer Achso zum Exfiltrationspunkt Können wir da direkt durch Jo ist nur der Reaktor Da kann man aber durch Das ist kein Problem Sehr schön Ja Leute ihr habt mir einen Schrecken angejagt Antwortet doch mal Commander Sie haben uns gerettet Mein Team steht in ihrer Schuld Ash Gute Arbeit Machen sie Meldung bei den Shuttles Gute Arbeit da unten Shepard Ohne das Depot wäre der gesamte Kriegsschauplatz gefährdet Wie stehen die Chancen dass die Reaper zurückkommen Eine Einsatztruppe wird die Anlage betreiben und verteidigen Wenn die Reaper kommen sind wir bereit Ich habe Captain Reileys Bericht gelesen Sie hätte es ohne sie nicht geschafft Ich habe gerne geholfen Ich werde sie auf dem Laufenden halten Ich werde sie auf dem Laufenden halten